Ja, und nun? What the fuck? Was soll ich jetzt machen? Oh, ich hab ne Idee. Oh, die Idee gefällt mir gar nicht. Okay, Moment, wir machen das Ganze nochmal. Äh, halt. So, wir gehen wieder hier hoch, gehen da rüber, gehen hier rüber, gehen hier rüber, tun jetzt hier das Ganze hin, und springen einfach hier auf die Plattform. Epic. Quarka ist Rätselmaster Number One. Was auch immer das jetzt war, ist einfach mal so, bumm. Heilen wollte ich mich jetzt eigentlich gar nicht, ich wollte eigentlich nur gucken was hier so die Wege machen, aber umso besser. So. Wo in the fuck muss ich hin? Darüber. Würde jetzt raten. Und da drüben soll ich irgendwas pfeffern. Ah. Irgendwas ist gut. Das war. Ah. Eine lebensrettende, unsichtbare Plattform. What? Ich hab mich, glaub ich, gerade um eine Millisekunde den Arsch gerettet, kann das sein. Ich glaub, die wären da jetzt wieder rausgekommen. Das wär ziemlich ungesund gewesen, und ziemlich uncool gleich dazu. Weil sterben hab ich gerade keine Lust drauf, muss ich ehrlich gestehen. Äh. Okay. Und. Hup. Okay. Achso. Äh. Bumm. Was haben wir hier? Irgendein tolles Secret garantiert wieder. Oder auch nicht. Einfach nur ein paar dumme Zähne, die ich eh nicht brauch. Äh. So. Da. Achso, hier kommen wir her. Und. Ah. Und hier drüben hat sich uns jetzt der Weg geöffnet. Okay. Äh. Moment. Hä? Ähm. Oh. Hier. Ich hab's ja schon fast geahnt, aber... Ich wollte das gar nicht ahnen. Glück gehabt Ich dachte wirklich, ich würde sterben Das ist nur die Frage Wo geht's weiter? Weil so weit komme ich doch nicht, oder? Ah doch, so weit komme ich Ha, perfekt Hey Mini-Gegner, was wollt ihr von mir? Ich will nicht mit euch spielen Da komme ich nicht durch Hier komme ich durch Nein, das war nicht knapp Das war zu knapp Ich hasse warten Und hier kommen wieder Gegner Oh nein, nicht du Moment, seit wann kannst du das? Au Au Doppeltrippel, au Alter, was geht denn ab? Leute, kommt mal klar Vor allem du, du kleines Missfeel Kannst bitte einfach nur sterben Tschüss Ich hasse diese Viecher Wenn ich mich richtig erinnere, kommen da später noch drei oder vier Stück auf einmal Dann heule ich einfach nur noch, weil auf schwer sind die einfach wirklich schwer Auf normal waren die noch relativ easy Aber nein, ich muss hier wieder mal die große Klappe haben Nö, 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 ich spiele auch schwer Mimimimi Ja Dummes Korgas Gestörte Menschen ernähren sich von den Gefühlen der anderen Von ihren Stärken und Schwächen So Moment Oh, wir können uns wieder hier dieses Rosenblatt dazu verdienen Also ein Viertel davon Dann machen wir das doch knapp mal Keine Zeit zu verlieren Töte oder werde getötet Hula, Hula ? Ange ? ? ? Das war's. So, du bist auch tot. Du auch. Du kommst da schön raus. Dein Abgeordneter nicht. Wow, wie viele sind das denn? So, dürft es wahrscheinlich nur noch du sein. Und du bist easy, weil dich kann man so noch ausdrexen. Au. Oder eben auch nicht, weil man zu doof ist. Yay. Tot. Wuppwupp. Komm, Alice, nicht drüben. Du hast schon den Zug verpasst. Ja, ja, ich weiß, ich hab den Zug verpasst. So. Ja, mir fehlt ein Rosenzatt. Und das hab ich beim ersten Mal nicht bekommen, weil ich zu doof war. Aber ich hoffe, das wird uns jetzt nicht umbringen. Weil so schwer ist das gar nicht. So. Äh, ja. Ich glaub natürlich wieder genau instinktiv, genau in die verkehrte Richtung. Dafür hab ich so ein Talent, immer genau in die falsche Richtung zu laufen bei so Spielen. Deswegen Mario ist eigentlich das beste Spiel für mich. Nur mit Mario bin ich zu doof für, weil ich kein Jump'n'Run kann. Hurra, hurra. So, wir heilen uns mal wieder. Was ja so aufregend ist. Das hätten die echt ein bisschen schneller gestalten können. Finde ich jetzt zumindest. Aber naja. Man kann nicht alles haben. Gutes Spiel oder eben ewig langes Heilen. Da muss man sich natürlich erst entscheiden. Also, das ist schwere Entscheidungsarbeit. Aber hier gibt's einfach nix. Cool. So. Ähm. Ähm. Muttswälder muss ich lang. Ah. Guten Tag, Hebel. Wie geht's dir heute? Ah. Okay. Jetzt müssen wir doch da unten lang. Na komm, geh weg. Geh weg. Danke. Huh. Da gehen wir einfach hinter durch. So. Wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen einfach noch ein Stück weiter. Ach, hier kann ich sogar normal stehen. Das ist ja cool. Eine Etage unter der Etage ist es sozusagen. Woop. Woop. Ich kenne noch so. Hi. Boop. sehr schön so will ich hier wieder drauf noch ein stück weiter bitte na gut geht auch so und das war knapp so perfekt und hier ist wieder ein kleiner durchgang mit wieder im neuen schalter ach und jetzt geht es da auf ok 666 ich mag irgendwie die zahl 666 nicht also und wir dürfen wieder rutschen richtig garantiert dürfen wir wieder rutschen ja es war klar auch so das war irgendwie gerade Bisschen zu übertrieben freundlich vom spiel Wie ging das? Wie ging das? Wie ging das? So ging das nicht So ging das eher Hm, aber ich glaube das musste man machen, wenn ich mich nicht total täusche So und jetzt muss man nämlich genau das umgedreht machen und auf die andere Seite Nein! Oh, so dumm! So dumm! Einfach nur so dumm! Ja, ich bin so dumm! Jaja, du hast daneben getarcht, ich hab meine Ruhe und leck mich am Arsch, blödes Mistfiel Wieso? Was? Okay, 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 Moment So, okay, okay, alright